Guten Morgen. Ich sehe das selbe Bild von Jisbrecht, wo der Pummel auf Englisch gesprochen hat. Aber von dem, wo wir mal auf Plotisch sprechen. Ich habe mich gefragt, ob ich Plotisch lese. Ich rede so. Wir haben ja alle Pummel gesprochen von Psalm 91, wo er nicht so weit war. Aber wie gesagt hat der Pandemic Virus, der hat viel Furcht gebracht. Aber wie gesagt hat Gott seine Wut bringt nicht Furcht, das bringt Fried. So Jesaja eine für dich Furcht hier sagt so. Ängste nicht, weil es Aximetti. Furcht nicht, weil es Aximetti ist. Gott. Und ich wollte die Schleuchtmöchern helfen. Und mit meiner reichte Hand, wo ich die Höhlen bewahren soll. Also das ist eine Friede, die Gott ihm gegeben hat. Aber um das eine Friede zu kriegen, wenn wir das Psalm 91 lese, die ersten drei Versen. Ich sagte so. Wer bei den Allermächtigen im Schuligen wohnt und sich bei den Allermächtigen im Schalter verhebendet. Der wird zum Herrn sein. Du bist mein Gott, auf dem ich mich verloht. Also, am dort zu retten. Man fährst einmal in der Wadergeburt, der ich möchte, was Jesus sagt. Er sagt, die erste Wahrheit wird in dem Leben keiner kämpfen um Futter, aus dem ich ahm. Dass Johannes 14 versagt. Also, da muss man die erste Entscheidung sein, dass wir Jesus im harten Leben nennen können. Und Jesus sagt, dass er die erste Wahrheit wird in dem Leben. Entschuldigung. Paulus sagt, die erste Korinther Kapitel 3 versagt auf. In anderen Gründen kann er nicht leiden, wie das, was Jesus Christus ist. Wo kommen wir nun an Jesus Christus hin? Das ist eine persönliche Sache, die wir im harten Leben nennen können. Und der Apostel Paulus sagt, die Reimer in Kapitel 10 versagt, dass er die Chance des Jesus, dass er der Herr hat, in die Leibste, die ihm harte, dass Gott ihm am Haffern, die ihm da abgewacht hat, was du selig. In Offenbarung 3 vers 20 betont er auch noch, und sagt, dass er Jesus selbst sagt, dass er sich stof für die Dären und klappt an. Wenn jemand die Dären wird aufmerken, da war ich nern kann, und er geht nach dem, und mit Amtab Etenheim mit mir. Ich hörte nicht, er sagt, er wird mit Amtab Etenheim mit mir. Aber das ist dasselbe. So, wir sehen, dass er einmal in der Hortens, da wurde er mal aufmerkt, und er hat Blitz von Bernern und Klink. Er hat gesagt, wer mit mir der, der wird aufmerken. Also, wenn wir checken, was Paulus, der Apostel Paulus, zu den Pfälzischen gemeint, wo er da sagt, als er hier ist das Worte von der Wahrheit hier, das Evangelium von der Seligkeit, als sie dort oben erst gläubig wurde, war sie versiegelt mit dem Hellen. Der Hellen hier ist erst eine Auntolung ab der Garantie, was nach dem Kommen ist. Er will leben am Himmel. Also, das ist das Worte, was er konnte lesen und betonen, dass er sich sagt, ob wir das haben oder nicht. In 1. Kapitel 5, der wird noch besser betonen, was er meint. 1. Kapitel 5, Vers 10. Wer an Gott seinen Sehnen läuft, weit bis sich am Hort, da das so ist. Wer Gott nicht läuft, nennt Gott einen Lehner, wirst er nicht läuft an Gott, was er sagt, von seinem Sehnen. Gott sagt, dass er das ewige Leben gehebt hat und das Leben ist in seinem Sehnen. Wer Gott seinen Sehnen nicht hat, hat das Leben nicht. Wer Gott seinen Sehnen hat, der hat das Leben so. Wer den Sehnen nicht hat, hat das Leben nicht. In der 3. Seite. Entschuldigung. Das schrieben, dass die an Gott seinen Sehnen leben, dass die bei Weitern, dass die das ewige Leben haben. und das, das, was wir, als Versacherer, was das meint. Jesus annehmen, und wenn wir das haben, dann haben wir das, das ewige Leben, was wir den Sehnen angenommen haben. Und das, eine ernste Sache, das kann er nicht bloß so, von ungefähr, von hier sein. Das muss vom Hort kommen. Und in Hebräer Kapitel 11, Versach 6, sagt, über ohne Glauben, ist das allmählich, Gott zu gefordern. Wer noch Gott kommen will, muss das Leben, dass er ist, und dass er dich belohnt, dass er am Ernst dich seht. also, das, 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 eine wichtige Sache. Und, weil, woher man das alles ane, wie man, weiter einmal, Paulus sagt, wir haben alle Gesinnigen sein Karte gekommen, von Gott, seine Herrlichkeit. in Reimann 23, in Reimann 23, in Reimann 23, in Reimann 23, sagt, die, den Lohn für die Sinde, als die Dote, die Detrauen von Gott. Und das, in 3 Lade, das wurde, Oba. Auf Englisch, das heißt, Oba, Guds in dir schenken, ist das, dass ich Weile in Jesus Christus unter dem Herrn. Also, da das so zu das, Und wenn wir nach dem Olden Testament, 5. Mose Kapitel 23 Vers 19 sagt, Gott ist nicht ein Gott, der da leidet, oder dass Menschen sehen, dass ihm was versprechen, und soll er das dann gesagt haben, und dann nicht holen. Das ist allmählich, dass Gott, Jesus sagt, er ist der weichte Worte in der Liebe. Keiner kämpft noch an, dass er dich an. Also, das sind die Worte. Und mit dem, wo ich für das mal schlugte, war noch ein Leidring, was das bestätigt, was ein Mensch konnte, um das bei sich selbst noch fast zu melken. Nimm du mich ganz hin, O Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas, nach deinen Sinn, während ich haare, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, O Gottes Sohn, prüfe, erforsch mich am Gnadenthron. Weißer denn Schneeherr, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mach sein. Nimm du mich ganz hin, O Gottes Sohn, mit deinem Geist, die jetzt in mir wohnen. Sei in den Herzen König allein, Lass alle sehen, dass ich ganz sein. Wenn wir noch schritte mit dem Gebet, dann wollen wir das nächste Mal, wenn wir von deinem Zell noch betonen, was das alle enthält, wann wir habe Jesus angenommen. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du so ein Gnadenthron, barmherziger Gott bist, dass du alles hast, vollbrachte, Jesus Christus aus dem Schäkeleitz, dass er für uns sein kann, dass er für uns sein kann, dass wir ein Arm, der gerechtigt hat, der für dich ist. Und so, wir danken dir, von jedem meinen, was das gehört wurde, was du hast geschrieben, und ich habe betont von deinem Wort, dass der Sonne sein wird, dass er noch niemals angenommen hat, dass er das ist, dass er das ist, was er getan hat, um die Versicherheit zu kriegen und zu haben, was wir kriegen, was wir Jesus am harten Leben nennen können, dass er wir hier leben in dem ewigen Himmel. Und dies alle Ede versagen, weil er verdanken, was er getan hat, in Jesus' Namen. Amen.